Hey, Leute! Ich wollte nicht mit Isaac starten. Ah! Nein! Okay. Weg. Nice. Neues Game. Apollion. Ich hab ein Minus-4-Winstreak, wie ihr eben gesehen habt, vielleicht. Liegt daran, dass ich hier nur Scheiße beanstalte. Es passiert hier nur Scheiße. Es ist unglaublich, was hier passiert. Ich hab Runs, die sind im ersten Moment übel OP und dann passiert einfach irgendeine Scheiße. Ich krieg behinderte Räume oder was auch immer und ich sterbe. Ne Treubombe oder so, also die einfach beugt. Die braucht 5 Minuten, um zu explodieren. Es ist halt übel dumm. Übel dumm, Alter. Ja, wir haben eine XL-Ebene. Ich hoffe, wir kriegen jetzt mal endlich was geschissen in diesem Run. Oh, geh doch weg von... Mann, Kackhaufen, Alter. Danke. Saugen wir ein. Haben wir das jetzt immer noch da drin? Ja. Okay, das ist witzig. Das ist witzig. Okay, ich hoffe, diesmal wird dieser Part endlich mal was. Ich muss den nämlich heute noch online kriegen. Und es ist 15.18 Uhr. Ich muss mich beeilen. Ich darf nur einen kleinen Run machen. Was ist das denn? Oh. Dieses Spiel... Alter, ich habe heute... Heute habe ich bei Isaac wieder keine gute Laune. Ich habe gestern auch schon zwei Parts aufgenommen. Die ich aber auch nicht hochladen kann. Weil sie einfach scheiße waren. Ich habe mit Lilith gespielt. Und es ist einfach... Mit Lilith zu spielen ist übel scheiße. Und das Spiel gerade ist auch übel scheiße. Ich glaube, ich restart, Leute. Ich restarte. Ist mir zu dumm. Das ist mir zu dumm. Eindeutig. Mann, ich kann heute... Ich kann nicht Isaac spielen, Alter. Ich kann kein Isaac spielen. Ich muss halt noch heute ein Part online bringen. Aber es suckt. Dieses Spiel suckt gerade übel. Ich weiß nicht, ob das an Apollyon liegt. Eigentlich darf es ja an Apollyon nicht liegen. Ich habe... So viel anderes ist bei Apollyon gar nicht. Im Gegensatz zu Isaac jetzt zum Beispiel. Oder mit Judas kriege ich auch mehr hin. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es ist unglaublich. Unglaublich. Ich bin mit Apollyon einfach übel bad. Geh weg jetzt. Oh Mann, das ist auch so ein übelnerviger Gegner, ne? So ein übelnerviger Gegner. Und wir kriegen nicht mal Schub da Wub oder so. Wir kriegen The Lovers. Wow. Ich bin ja begeistert. Ich hoffe, der erste Item rum hat was Gutes. Sonst restarte ich weiter. Ich restarte. Ist mir egal. So. Münze. Schön. Ach Mensch. Ich hoffe, meine Laune bessert sich im Run, wenn wir gute Items kriegen. Dann dürfte sich meine Laune eigentlich wieder bessern. Aber dieses Spiel ist so gemein. Es ist so kacke. Was ist das? So Räume, bei denen du denkst, Alter. Ich habe kein Damage. Wie soll man das denn machen? Danke. Danke für die Sackgasse. Und der will nicht mal irgendwas Cooles bekommen. Ha. Mann, Leute. Das ist so dumm. An die Truh komme ich auch nicht ran, wenn wir keine Bombe haben. An der Nase juckt. Ah. Das ist jetzt auch ein ekliger Raum, Alter. Ohne Witz. Juhu. Was ist denn das denn, Alter? Übel Shot Speed. Hallo, Friendzone. Immer eine Fliege, mit der wir ein bisschen Damage machen können. Die auch eigentlich ganz gut Damage drückt. So. Eine Bombe. Danke. Ich will nämlich diese Kiste hier haben. Und den Geheimraum. Nice. Kiste mit Geld und Bomben. Das ist schön. Noch mehr Geld. Das ist noch schöner. Vielleicht sogar noch mehr Geld. Nein. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. So, wen haben wir hier? Pin. Ja gut, Pin ist easy. Komm. Wenn ich an PIN sterben sollte, dann weiß ich, okay, Isaac ist nichts. Kein Game mehr für mich. Ich sollte aufhören, Isaac zu spielen. Memories. Das ist schön. Bisschen Tieres ab und ein blaues Herzchen. Das ist nett. Das ist sehr nett. Okay. In den Zacke-Zacke-Raum können wir jetzt erstmal nicht reingehen. Ein rotes und ein blaues Herzchen haben wir. Okay. 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 Okay, haben wir. Puh, ha, 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 ha. Geht weg. Ist das dein Ernst? Wirklich doch nicht in den Stein. Das ist gemein. Noch mehr dieser Gegner, ey. Aber diesmal einfachere. Weil es weniger sind. Wir haben keinen Schlüssel. Doch, wir haben hier einen Schlüssel. Ja gut, dann können wir rangehen. Mit der Bombe. Verschwenden wir sie halt. Aber es war keine Verschwendung. Okay. Ich hab gerade alle drei Runs. Also ich hab heute auch schon drei oder vier Runs gemacht. Ähm. Alle Runs hab ich Magic Mushroom bekommen, Alter. What the fuck? Vielleicht sollte ich ihn nicht mitnehmen. Vielleicht verkack ich deswegen. Ich weiß es nicht. Aber Magic Mushroom ist ein schönes Damage-Up. Ein sehr schönes Damage-Up. Schlüssel haben wir auch. Wir könnten in den Shop reingehen. Okay. Wir bräuchten noch eine Bombe. Damit wir die goldene Kiste da erreichen könnten. Aber. Ich glaub, das wird nichts. Ich glaub, eine Bombe wird mir nicht gegeben. Oh, wir haben ein schönes Damage durch Magic Mushroom. Schönes Damage. Immer noch nicht genug, aber schön. Bisher schön. Sehr schön. Ja. Okay. Du bist eigentlich auch machbar. Okay. Genau. Renn schön gegen deinen Kackhaufen gegen. Okay. 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 Okay, komm. Nice. Schön. Speed und Damage-Up. Das ist nett. Und. Wow, das ist ein neuer Devil-Deal, oder? Das ist ein neuer Devil-Deal, glaub ich. Oh, wow, wow. Ja, guckt euch das an. So eine Bombe, Alter. Manchmal explodieren die halt mega schnell. Die kommen raus und sie explodieren. Manchmal brauchen sie halt fünf Jahre zum explodieren. Okay, ich bin ganz schnell. Heilige Kacke. E-Motermesis, okay. Und I found pills. Das ist ein netter Devil-Deal gewesen. Das heißt, wir gehen auf Angel-Deals wahrscheinlich. Schön. Stört mich jetzt aber auch eigentlich gar nicht mal. Oh, so viele Super-Formen, Alter. Warum bekomme ich hier denn so viele Super-Formen? Das ist schon krass. Ui, ui, ui. Nochmal pillen. Das ist Power-Pill, okay. Telepills. Äh, das machen wir. Blaues Herzchen, das ist ja schön. Au. Okay. So, und jetzt noch die hier, genau. Oh Gott. Aua. Mann. Okay, das war eigentlich Dummheit. Ich bin so schnell, Alter. Ich kann mich gar nicht kontrollieren. Holy shit. Holy shit. Ei, ei, ei. Okay. Den haben wir. Und den auch. Ich muss hier meine Karte wieder haben. Ich konnte da nichts machen. Ich musste einfach abhauen. Ui, ui, ui. Okay. Okay, komm. Nice, haben wir. Die auch. Oh, diese Spinnen sind so nervig, ne? Das brauchen halt noch mehr. Was ist denn mit dir? Ich bin so schnell. Heilige Scheiße. Ein Schlüssel. Hier gehen wir rein. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ich nehme mal die Karte. Two Spades. Ja, ich nehme die Karte mal mit. Ich brauche da was nicht. Äh, die Pillen kommen wir nicht an. Okay. Item rum hatten wir noch nicht, ne? Komm, öffne dich. Danke. Ich werde hier übel dumm getroffen. Das sind so Momente, in denen ich getroffen werde, die übel dumm sind. Wir haben noch mehr Speed Up. Okay, wir haben das maximale Speed erreicht. Heilige Scheiße sind wir schnell. Heilige Scheiße sind wir schnell. Wir brauchen noch den Itemraum. Okay, hier ist der Itemraum. Sehr schön. Diese Pilze halten zu viel aus. Zu viel für meinen Geschmack. Eindeutig. So, hier. Temperance. Äh, mach ich mal. Bisschen Geld generieren ist schön. Bloodbag has appeared in the basement. Okay. It calls, oh, to brother. Oh, nein. Nee. Ich mag es nicht. Ich mag Anti-Gravity-Tiers nicht. Ich nehme es ungern mit. Ungern. Aber! Ich verschwende Zeit. Juhu. Wir haben ja unser Space-Item. Wodurch wir es auch einsaugen können. Was ich jetzt auch mache. Wir haben ein... Ja, gut. Wir haben Tearsap bekommen. Tearsap kann ich leben. Wieso gehe ich in den Raum? Wir können eigentlich schon weitergehen. Oh, oh, oh. Dass ich da nicht getroffen wurde. Wundert mich. Okay. Oh, Gott. Heilige Kacke. Äh, im Shop gab es auch nichts Cooles mehr, ne? Nee. Boah. Der Herr hängt sich auf. Äh, ich setze zu Spades mal noch nicht ein. Aber ich setze hier so eine Tower ein. In der Hoffnung eigentlich, dass hier unten eine, dass da unten eine Bombe gespawnt wäre, um den Supergeheimraum freizusprengen. Aber nein. Es kam keine. Äh, ich setze zu Spades noch nicht ein. Das war was? Dein Ernst? Man kann hier auch nie... Äh, nee. Ich weiß nicht, wie ich hier ausweichen soll dann. So viele Leute, die Tränen schießen, da kannst du ja nur getroffen werden. Oi, 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 oi. Jetzt hätte ich gerne doch mehr rote Herzchen, muss ich sagen. Was haben wir hier? Telepilz. Oh, nee. Nee, nee. Jetzt gerade nicht. Danke. Danke trotzdem. Äh, ich weiß nicht immer noch nicht. Konsum, äh, Konsumse, äh, was? Und nun wäre enemies, keine Ahnung, was das bringt. Ich muss mir die ganzen Trinket-Effekte mal durchlesen, echt. Ich wollte das schon Ewigkeiten machen, aber ich habe es immer noch nicht getan. Aber ich merke mir wahrscheinlich eh nicht alles dann. Also von daher ist das eigentlich eher egal. Ja, meine Bombe. Ein rotes Herz, was ich gerne mitnehme. Und komische Gegner, die ich nicht mag. Alter, ist die Rage von denen hoch. Oh, Leute, wo kommst du denn hier? Ich dachte, du warst unten rechts. So, hier. Ein Drowsy. Das ist eine schöne Pille eigentlich. Da würde ich auch gerne hin. Wir setzen hier die Bombe. Haben wieder einen Drowsy. Ich habe noch keinen Schlüssel. Setze ich dir auf... Ich setze dir aufs Bild ein. Haben Schlüssel wieder bekommen. Das ist nett. Mh. Eieieieiei. Heilige Scheiße, ey. Da wurde ich gerade eingekesselt eigentlich. Aber ich habe es noch überlebt. Wie auch immer. Ich das geschafft habe. Ich weiß es nicht. Okay, rechts kann der Boss nicht sein. Links kann der Boss... Ach doch, links kann der Boss sein. Meine ich. Okay. Hier würde ich gerne einmal eine Bombe haben. Danke. Bombe. Sehr gut. Bombe ist immer schön. Das nehme ich mit. Und das nehme ich auch mit. Bild mit Skodis. Was gibt das? Das ist doch... Wir bekommen jetzt mehr Inhalt in Kisten, oder? Das macht doch das Item, oder nicht? Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Mann. Uiuiui. Einmal schnell hier durch. Danke. Was ist das? Chariot. Könnte man eigentlich nutzen, um in den Zacki-Zacki-Raum gratis reinzugehen oder so. Oder rauszugehen. Das sind Laser-Vaginas. Geh weg. Geh. Boah. Da würde ich auch gerne rüber, eigentlich. Wie groß ist denn diese Ebene? Wie groß ist diese Ebene, ey? Heilige Kacke. Haben wir Curse of the XXL? Ne. Eine ganz normale Ebene, aber die ist so riesig. Heilige Kacke. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal zurück. Aber wenn das ein bisschen Zeit kostet. Ich will den Boss noch ja eigentlich erreichen. Aber. Da oben ist ein Schlüssel gedroppt. Den würde ich gleich haben. Aber ich würde halt ganz gerne. In den Zacki-Zacki-Raum und in den Special-Raum reingehen. Hallo. Hallo. Huh. Ei, ei, ei. Dass ich nicht getroffen werde. Was ist das? Wow. Okay. Ich wurde getroffen. 67% der... Devil-Deal-Chance und trotzdem nichts bekommen. Wir setzen... ...The Moon ein. Wo ist die Chariot-Karte oder Pille? Hä? Was mache ich? Bomben! Alter! Ach, wisst ihr was? Wir gehen jetzt so in den Zacki-Zacki-Raum rein. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich kann Telepilz einsetzen. Oh nein, wo kommst du denn hin? Her. Alter. Ich dachte, du warst bei dem da unten. So hier. Okay, 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 okay. Telepilz. Schade. Hä? Wo war denn... Die Chariot-Karte. War sie noch hier? Nee. Hab ich sie hier vergessen? Ja. Lol. Okay. Ha. Okay. Ich sollte vielleicht mehr Items mit meinem Space-Item einsaugen. So, hier das Item, was ich eben beim Boss aufgesammelt habe. Ich habe halt keine Ahnung, was es bringt. Was ist hier drin? Bob's Brain. Oh, nee. Einsaugen. Damage und Shot-Speed-Up. Das ist schön. Das ist nett. Das ist ein nettes Item. Oh, gut, dass wir eine Fliege haben, die hier regeln kann. Besiege sie. Nice. Danke, Fliege. Du bist super. Okay. Immer schön auf die roten Spuren achten. Was haben wir hier? Luckdown. Nein. Mein Luck. Aber wir haben eine hundertprozentige Deal-Chance, wenn ich nicht zu viel getroffen werde. Das ist nicht dein Ernst, ey. Okay, nein. Wenn wir getroffen werden, dann... Ach, das macht das Item. Stimmt. Das macht Pills of Goodies. Wenn wir getroffen werden, kriegen wir Items. Äh, Devil, Chariot. Ich nehme mal Chariot erst mal mit. Nein, ich habe es zu spät eingesetzt. Ist das dein Ernst? So viel zum Thema hundertprozentige Deal-Chance. Schön. Oh, es ist nicht dein Ernst, ey. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem noch ein Deal. Ich hoffe es einfach. Alter, bist du schnell. Alter, bist du schnell. Hei, 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 war der schnell. Okay, den haben wir. Den haben wir auch und ich bin auch. Schlüssel. Sehr gut. Ich gehe hier lang. Mini-Boss klatschen. Okay. Saug ich ein. Bob's Rottenhead. Oh, wow. Ist das dein Ernst? Setz mal Devil ein. Das ist mir sonst hier echt zu... zu doof. Gegen diese zwei Monstros, Alter. Heilige Kacke. Warum macht man denn so einen Raum? Auf der Ebene, Alter. Heilige Scheiße. Dann spreng ich mal hier noch ein bisschen. So offen, dass hier ein blaues Herzchen oder ein schwarzes Herzchen drin ist, meine ich. Nein, leider nicht. Okay. Laser-Vaginas. Okay. Das ist schön. Wir schießen zwischendurch mal Razor-Blades, die übelsten Damage machen. Das ist sehr geil. Sehr, sehr geil. Hei, hei, hei. Okay, da war eben nicht der Boss. Okay, das ist... Okay. Oh, nee. Okay, haben wir... Ach, Kacke. Wieso wurde ich da getroffen? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Wieso habe ich dann immer so viele Super-Formen, Alter? Das ist unglaublich. Da würde ich gerne rüber, aber ich habe keinen Schlüssel. Was gerade ein bisschen doof ist. Okay, komm, komm, komm. Da ist Mama Sand 1 und da ist Mama Sand 2. Schlüssel. Sehr geil. Wir gehen rüber. Zack. Einsammeln. Zack. Hingehen. Will ich in den Shop? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich will nicht in den Shop. Nein. Ich will nur noch zum Boss. Und hier ist der Shop. Wow, okay. Ich glaube, ich gehe in den Shop. Wir haben kein Geld. Es lohnt sich nicht, da reinzugehen. Kannst du mal aufhören, diese Gegner zu spawnen? Doofes Portal. Okay. Dich haben wir. Und Dich haben wir auch. Okay. Oh Mann, oh Mann. Sehr... Oh Gott. Wo kommt der denn hier? Ohioioi. Der kam überraschend. Dass der mich nicht getroffen hat, wundert mich noch mehr. Heilige Kacke. Okay. Haben wir auch. Schlüssel. Schön. Das können wir nicht angreifen. Es war so klar. Es war so klar, dass ich da getroffen werde. Kein super geheimen Raum. Was? Okay. The Fallen. Ich setze einen Drowsy ein. So langsam den kompletten Raum, in dem wir sind. Das ist bei dem Boss auf jeden Fall vom Vorteil. Okay. Gerade das Devil Deal Item. Wow. Multi Baby kriegen wir dann auch noch, ey. Holy Light. Das ist super geil. Das Multi Baby hätte ich einsaugen können. Warum habe ich es nicht getan? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Es schießt gerade. Genau. Holy Light ist halt übel schön. Wenn es mal treffen würde. Es schießt schräg. Ohio. Er steht gerade. Ohioi. Hallo. Und wir machen eh kein Megasat. Deswegen saugen wir das Item ein und kriegen Damage und Luck ab. Oh Mann. Schön. Wir kriegen gerade Damage ab durchs Einsaugen. Das ist super geil. Das ist super, super geil. Bisher würde ich daran nicht spielen. Und keinen von dem Ding. Da habt ihr Holy Light gerade gesehen. Oh, ist das schön. Holy Light ist so ein schönes Item. Das nehme ich immer gerne mit. Also das kann ich nur empfehlen. Wir haben ein blaues Herzchen. Sehr geil. Okay. 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 Okay, wir haben es geschafft. Alter. Der Raum ist mies. Holy Shit. Holy Shit. Da wäre ich gerade eben fast in den Tränen gerannt. Als ob. Was? Ich habe den doch. Okay. Temperance. Bekommen wir das. Item Raum. Hallo Papa Fly. Nehme ich gerne mit. Papa Fly ist ein extra Damage Dealer. Und irgendwie würde ich gerade noch gerne den Job auschecken. In der Hoffnung, dass da ein blaues Herzchen ist. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht mehr gepackt. Dann gucke ich nochmal hier schnell, ob hier schwarze Herzchen chillen. Irgendwo. Da ist ein schwarzes Herzchen zum Beispiel. Schöne Sache. Karten. Strengths. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Strengths habe ich auch dabei. Alles gut. Und noch ein Schlüssel. Okay. Gut, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Oh Gott. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen. Heilige Scheiße. Okay. Nein. Ach du Kacke. Ich würde halt gerne den Boss Rush erreichen. Ähm. Ich gucke mal. Gimpy. Gimpy nehme ich mit. Gleich gerne. Komm runter, Mom's Hand. Danke. Oh, das Herzchen brauche ich nicht. Was ist ein Boss Rush? Laser. Triple. Ist das Triple Shot? Ich glaube, ich nehme Laser mit. Oder sauge ich alles ein, Leute? Oh Gott. Was mache ich? Ich sauge alles ein. Wir haben Damage abbekommen. Wir haben gut was an Sachen bekommen. Damage ab und Luck ab. Ja gut. Okay. Machen wir erst mal den hier fertig. Denn der ist übel. Nee, hab ich der Gegner. Okay. Wir machen ihn hier auch fertig. Alles klar. Komm mal zu mir. Hallo Spinni. Oh nein. Okay, das Gute ist halt, wir bekommen halt, oh Gott. Wir bekommen halt rote Herzen getroppt. Das heißt, falls wir getroffen werden, haben wir immer noch rote Herzen, um uns zu heilen. Ich habe noch eine Forte halt. Oh, Energypille. Okay. Und wir haben guten Damage. Ich habe eine Batterie gerade bekommen, okay. Woher hatten wir die Batterie? Ah, weil wir getroffen wurden. Stimmt. Oh Gott. Zack. Warum kriege ich die ganze Zeit Pillen, wenn ich meinen Space-Hitem einsetze? Powerpill. Immerhin. Und Luck ab. Cool. Powerpill war cool. Fast. Die Powerpill war gerade richtig nötig. Muss ich ja schon sagen. Okay, den haben wir. Ach, doch den Boss noch dürften wir eigentlich packen. Easy. Leute, wo kommst du? Ich dachte, du kommst zu deiner anderen Seite. Warum kommst du denn auf einmal von hier? Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Oh Gott. Dich müssen wir besiegen. Wer hat zu viel getroffen? Was ist das denn? So viele Gegner. Tränen. So viele Tränen. So viele Sachen. Heilige Scheiße. Oh Gott. Okay. Der Tod ist hier. Ich würde den Tod besiegen. Bitte. Hä? Können wir den jetzt mal... Danke. Jetzt machen wir es mal ihn hier. Schön. Jetzt ist Pferdchen. Wo ist es? Da oben fliegt es. Okay, dann kommt es jetzt von hier irgendwo. Okay, wir haben es. Wie es aussieht. Ich habe mich schon wieder treffen lassen. Ich lasse mich die ganze Zeit treffen. Wir haben noch eine Pille bekommen. Range down. Oh nein. Okay, den haben wir. Oh lol. Piep. Hallo. Ich habe kaum noch Leben. Oh Gott. Bloat. Da ist ein rotes Kackhaufen. Alter, den habe ich spät gesehen. Der roten Scheißhaufen. Heilige Scheiße. Also nein, eigentlich nicht heilig, aber... Scheiße halt. Oh Gott. Und Pin, ne? Ja, Pin. Okay. Und rote Herzen. Alter. Speed up. Okay, das brauchen wir nicht unbedingt. Speed haben wir genug. Holy shit. Den haben wir. Okay. Es wird nur noch er hier. Okay, den haben wir auch. Hallo, Brownie. Toll, dass du da bist. Also eigentlich nicht, aber okay. Oh lol. Die grüne Spur macht Schaden. Scheiße. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, dass da eine liegt. Hey, Gemini. Und Chat. Okay. Das sind schön einfache Gegner eigentlich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lockdown will ich nicht. Speed up. Und Locust Conquest. Oh Gott, wir haben da gerade nicht echt Polyphemus, oder? Gut, dass wir den gemacht haben. Mega Tränen. Alter, Polyphemus. Äh, dann nehme ich das Negativ auch noch mit. Hu, alter. Alter. Oh, Tränen sind so schön stark. So schön stark. Geil, geil, geil. Bam, 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 bam. Oh, so schön stark. Die sind so schön stark. Guckt euch das an. Bam, bam, bam. Oh, geil. Oh, machen die Damage, Alter. Oh, machen wir Damage. 33er Damage haben wir. Das ist so schön, ne? Das ist so schön. Ja, und, äh, wenn Tränen... Tränen werden kleiner, wenn sie Gegner getroffen haben, jetzt von uns, durch Polyphemus. Aber, wenn die Tränen einen Gegner getötet haben und nicht zu klein sind, das war dumm, dann fliegen sie durch den Gegner noch durch und können den nächsten Gegner noch treffen. Was ziemlich geil ist eigentlich. Und ich sollte nicht mehr so viele Schlüsse verschwenden. Obwohl doch, kann ich ja machen. Okay. Hoppa. Okay, das... Nicht dein Ernst. Den Schlüssel wollte ich eigentlich nicht einsetzen, aber okay. Ei, 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 ei. Diese Köpfe sind so anstrengend, ne? Okay. Huh. X-Lags. Okay. Heilige Kacke. Dass ich da nicht getroffen wurde. Oh. Huh. Da will ich nicht lang. Denn da ist eh nicht der Boss. Oh. Und zack. Komm. Nice. Ey. Hallo, Skrolex. Sam. Komm schon. Zeig mir nochmal deinen Hintern. Komm. Zeig ihn mir. Zeig ihn mir. Ich weiß, dass du es willst. Nicht dein Kopf. Aua. Shit. Kannst du mal... Danke. 0,25%ige Chance auf den Deal noch bekommen. Wow. Wieso haben wir keine Tiers abbekommen? Hä? Das heißt, sie macht Tiers ab. Wieso haben wir keine Tiers abbekommen? Hä? Warum? Warum? Das finde ich jetzt nicht cool. Und ich bräuchte gerne ein blaues Herzchen. Ich will eigentlich schon gerne einen Deal haben auf dieser Ebene. Wäre eigentlich echt noch ganz cool. Okay. Okay. Da ist ein schwarzes Herzchen. Sehr geil. Immerhin etwas Schutz. Zwar nur ein Hit-Schutz, aber immerhin Schutz. Kein Stein-Team mit dem Kreuzchen. High Prists. Oh, schön. Damit können wir at least schön B-Damage zufügen. Das war überkreuzt. Schießende... ...Vagina. Alter. Oh Gott. Ui. Okay. Immer noch kein blaues Steinchen. Okay. Aber... ...Botty 8 Hours Energy. Brauchen wir jetzt nicht. Ei, ei, ei. Okay. Da kommen wir nicht rein, denn wir haben zu viel Leben. Okay. Okay. Komm. Nice. Kein blaues Steinchen. Okay. Komm. Zu viele Gerdys, ey. Okay. Hier ist aber auch kein Steinchen mit dem Kreuzchen. Warum sind hier denn nur ein Steinchen? One makes it smaller. Das ist schön. Ein Opferungsraum. Okay. Okay. Ich würde dir sagen, wir könnten Hasch versuchen, aber nicht mit meinem Leben. Mit dem Leben will ich kein Hasch machen. Nein. Jetzt erst recht nicht. Fuck. Oh. Unendlich Schlüssel. Wow. Oh. Oh. Ah. Steinchen mit dem Kreuzchen. Immer noch nicht. Okay. Okay. Auf geht's. Two it lives. Was habe ich hier noch für eine Karte? The Hermit. Ich kann auch mal gucken, ob hier irgendwie der super Geheimraum ist. Ja. Mit noch einem... Okay. Komm. Ein rotes Herzchen. Mehr oder nicht? Wir können auch mal getroffen werden. Das ist schön. Das ist schön. Okay. Gehen wir zu it lives. Okay. Nein. Setzen wir High Prusts ein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt gewesen, weil... Irgendwie... Weil irgendwas... Weiß ich nicht. Irgendwas war. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht. Ich bin verwirrt. Das da gerade zum Beispiel. Irgendwas ist bei Liz gerade anders gelaufen. Irgendwas war gerade anders. Ich weiß auch nicht was. Ich kann die forever. Wir gehen nicht Hasch machen. Wir gehen runter. Zu Satan. Denn wir haben das negativ mitgenommen. Und mit Apollyon... Das ist eigentlich gerade eine ganz gute Sache. Wir können... Satan machen. Danach... Äh... Per Lamp. Und wenn wir wollen, können wir den Run dann wiederholen. Wisst ihr? Ein bisschen Run-Wiederholungen machen. Das ist nämlich ein Achievement. Irgendwie fünf Run-Wiederholungen machen oder so. Dann kriegen wir ein Achievement. Irgendwie so. Okay. Schön. Okay. Warum wurde ich da getroffen? Von was wurde ich da getroffen? Warum? Wieso? Was? Ich finde das nicht gut. Da waren blaue Steine. Die habe ich gerade auch gesehen. Okay. Die Left Hand nehme ich mit. Komm schon. Ja. Oh. Herzchen. Hier ist auch noch Herzchen. Schön. Nehme ich mit. Setzen wir mal Herbert ein. Wo werden wir hingeportet? Hier. Okay. Irgendwo in Asch der Welt. Okay. Haben wir. Haben wir. Spinni. Äh. Fliege. Fliege regelt. Blaus Herzchen. Schön. Das war dumm. Dass ich da getroffen wurde. Das ist nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Hi. Ha. Hu. Herzchen. Mitnehmen. Bruch Herzen bei Satan, Alter. Schön viele Herzen. Deswegen spreng ich auch hier. Blaues Herzchen. Schön. Noch ein blaues Herzchen. Schön. Okay. Wir kriegen langsam Leben. Das ist ein gemeiner Raum. Aber wir haben ihn schon mal. Komm her. Nice. Und ihn haben wir auch. Okay. Und eine Trollbombe. Nett. Was war gerade in der Mitte da für ein Gegner? Oder ein Symbol oder was auch immer da war. Hä? Okay. Heilige Kacke. Okay. Puh. Das. Okay. Da ist ein Opferungsraum. Okay. Und dann kein blauer Stein. Und zweimal Ultra Greed. Ne. Mega. Super. Ich weiß nicht. Äh. Hätte ich ja eigentlich wissen können und auch sammeln können mit unserem Space Item. Aber okay. 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 Machen wir Satan. Der eigentlich. Ja. Ganz easy sein dürfte. Dadurch. Die haben echt guten Damage. Alter. Jetzt weiß ich warum wir die ganze Appillen kriegen. Ich habe im Boss Rush Moms Bottle of Pills eingesaugt. Es gibt Appillen. Immer wenn ich es einsetze. Stimmt. Und wir haben ihn. Na ich setze mich nochmal. Luck Up ein. Okay. Schön. Luck Up bekommen. Low Cost of Pestilence. Haben wir freigeschalten. Okay. Also irgendwelche Trinkets oder so denke ich jetzt mal von den Reitern. Okay. Und Gappi's Collar. Das ist super. Das kann uns zur Not vielleicht nochmal zurückbringen. Okay. Das haben wir. Wo ist er? Da hinten. Irgendwo. Da. Okay. Okay. Uiuiui. Den haben wir. Und den haben wir auch. Super. Ja. Wir sind im Dark Room, Leute. Hier waren wir auch schon mal. Stimmt. Waren wir schon, ne? Oder waren wir? Ja, doch. Klar. Wir haben schon einmal eine Run-Wiederholung gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Part nennen soll hier. Es geht zu lange. Er geht so lange, dieser Part. Auah. Okay. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Au. Er jumpt so schnell, ne? Mega fett. Die jumpt so schnell manchmal. Das ist echt krass. Okay. Und ihr kamt unerwartet. Und wart schnell tot irgendwie. Oh Double Cage. Ist das denn ernst? Oh. Diese. Dieser Dark Room, ne? Er ist so gemein. So gemein. Es wird getroffen. Okay. Spinnen. Wow. Das war schnell tot. Nein. So hier. Das ist nicht dein Ernst. Auf einmal kommt da eine Spinne an. Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Egal. Wir haben noch genug Leben momentan. Huh. Karte. The Chariot. Chariot ist okay. Auf jeden Fall schon mal eine nette Karte für The Lamp. Oi, oi, oi. Okay. Und. Nein, komm. Ja. Zack. Bomben. Okay. Nein. Okay. Der erste ist besiegt. Immerhin. Der zweite auch. Oi, oi, oi. So, Herzchen. Und wir kommen in den Devil Deal mit. Oh, ja. Noch mehr Damage und Tears ab. Tears ab. Wir bekommen keine Tears ab. Warum? Geht das bei Polyphemus nicht? Kann man, wenn man... Okay, ich weiß es nicht. Es verwirrt mich ein wenig, aber okay. Ich kann damit leben. Unsere Fire Rate ist noch in Ordnung. Dafür, dass wir halt übelsten Damage haben. Und wir haben so viele Herzchen. Wir haben 33... 35er Damage. Alter. 35 Damage. Schon krass, ne? Würde ich sagen. Ist schon krass. Okay. Komm her. Nein. Nein. Oh, Mann. Da bin ich ein Stückchen zu hoch gerannt, weil ich so schnell bin. Der war schnell tot. Alter. Der ist einsetzen. Space Item einsetzen. Luck up einsetzen. Luck up ist immer gut. Und jetzt einfach nur The Lamp besiegen. Er ist besiegt und sein Körper ist auch down. Und wir machen eine Run-Wiederholung. Locust of Death. Locust. Locust. Sind wir jetzt wieder Apollion? Eigentlich sollte man... Eigentlich wird der Run dann neu gestartet. Mit dem anderen Charakter auch. Nein, wir sind noch Apollion. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, das war es mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein.